Hey, Leute, die Kramix hier. Was geht ab? Paul Berger. Heute gibt es mal wieder ein GTA 5-Rampenrennen gegen Armee und Russland gesehen und 3000 Euro. Let's go! Jungs, seid ihr ready? Ich bin ready! Let's go, Alter. Heute wird's easy win, Digger. In 3, 2, 1, Power-Shit! So, Leute, wisst ihr was? Ich bin sogar so krass heute, dass ich sage, die Rampe schaffe ich unter 30 Minuten. 100%. Nein, ich habe mich selbst sabotiert. Wenn ich nicht unter 30 Minuten schaffe, Jungs, werde ich euch jeweils 1000 Euro geben, den Einsatz. Also sonst spielen die ganze Mal jeder um 1000 Euro. Was? Alter, unter 30 Minuten ist die Challenge? Okay, okay. Was hat's denn für eine Challenge? Wir sind gerade noch auf dem letzten, aber das werden wir gleich noch ändern. Alter! Komm. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall easy, Jungs. Ich glaube, ich kann es einfach mit Vollgas durch. Hä? Da muss man ja wirklich gar nichts machen. Nee, bei dem Fahrzeug ist es total easy. Komm ins Wackeln. Ich bin ins Wackeln gekommen, echt vorbei. Nein. Hä? Mit dem Ding kann man doch gefühlt gar nicht ins Wackeln kommen. Max, geh weg. Tja, schlechter Versuch, Russack. Schlechter Versuch. Schade, hätte ich dich da noch mal nie probiert. Hä? Wenn man einfach nur nichts macht und geradeaus fährt, dann schafft man es schon. Ja, das Fahrzeug auf jeden Fall hier. Das ist voll easy. Ja, super. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich habe extra mit ein bisschen Vorsicht gemacht. Das ist ein easy Fahrzeug. Ey, das ist voll das ganze Fahrzeug. Russack ist derjenige, der macht, wenn man etwas mit Vorsicht macht. Alles klar, Jungs. Ja, genau. Stimmt. Ich habe vergessen, dass du immer so gut taktisch fährst. Guck mal, guck mal. Vielleicht bin ich weg. Vielleicht bin ich weg. Hahaha. Naja, er ist noch auf der Rampe. Er ist noch auf der Rampe. Ich würde noch auf der Rampe alles in Ordnung haben. Ey, aber warte mal. Russack, weißt du, was wir einfach machen könnten? Wir könnten der Army einfach die ganze Zeit sabotieren, dass das nicht in einer halben Stunde schafft und dann easy 1000 Euro. Boah, haaa. Ach so. Ja, aber dann vermisst du dir die Chance, selbst 3000 Euro zu gewinnen, wenn du uns beide besiegst, weißt du? Ja, das stimmt. Aber das wäre so was, um vielleicht abzusafen. Wenn man merkt, dass man nicht mehr gewinnen kann, dann einfach Army runterziehen. Oder ich hole euch einfach jetzt alle die ganze Zeit runter und du kurz davor sagst, mein Internet ist dir abgebrochen. Boah, guck mal, Alter. Haha. Langsam wird es hier ekelhaft, ich schwöre es dir. Oh mein Gott. Ich wurde gekickt aus dem Server und wegen Manipulation. Nächstes Fahrzeug, okay, let's go. Hey, hey, Russack. Russack schiebt mich wieder zurück. Oh, wie seht's? Wieder geschoben, bist du? Er ist einfach wieder zurückgeschoben, danke für dich. Okay, was war's? Damit du wartest auf mich. Ja, warte, mach die jetzt zweimal zusammen, ich fahre schon mal runter. Nee, 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 nee. Müsstest du jetzt neu starten, deswegen? Nö. Also du bist einfach nur ganz nach hinten geschoben. Du hast einfach nur wieder nach hinten geschoben. So, boah, das ist voll cool der Sprung hier am Anfang. Komm, Leute, jetzt hier Aufholmanöver, Aufholmanöver. Oh, hier muss man schon ein bisschen mehr aufpassen, was man hier für Kickflips macht mit dem Ding. Aber geht noch, geht noch, geht noch. Boah, es geht noch, es geht noch, es geht noch, muss ich jetzt zugeben, geht noch, geht noch. Boah, geht gar nichts mehr. Wenn hier erstmal sowas mit Federung und so kommt, dann ist es komplett vorbei, glaube ich. Boah, okay, ich glaube, ich habe es geschafft, ich habe das Fahrzeug geschafft. Okay, let's go. Danke, Rustag, für den ersten Platz. Ah, Digga, guck mal, Rustag, was du gemacht hast, Digga. Nur weil ich Max weggeschummert habe, oder was? Nein! Nein! Über dich drüber, let's go! Boah, ey, hättest du denn da manipuliert? Boah, Digga, ich hätte euch am liebsten, ich hätte euch beide da manipuliert. Das wäre krass, das wäre krasser Mut. Aber warte, Leute, ihr müsst uns jetzt hier kurz vor Amir setzen, dann können wir nämlich Amir auch sabotieren. So, Amir bringt jetzt kurz das neue Rautor raus, ich schübs ihn dann zurück, damit er wieder von vorne anbringt. Alles klar, kein Problem. Ja, ja, mach das mal, ruhig. Schübs ihn mal weg, schübs ihn mal weg, Digga. Schübs ihn mal weg. Schübs ihn mal weg. Ich hab Anzahl Arbeit, nichts von dir. Okay, das Fahrzeug wird nicht einfach, Jungs. Boah! Ich seh' doch schon. Digga, was hast du'n Duff? Hä, Russick? Russack, so schlecht? Ich war doch schon da. Lass uns doch nicht. Ich hab Russack sabotiert. Nein. Ich hab Russack sabotiert. Okay, let's go! Obwohl, jetzt kann ich Vollgas geben, ich kann ja höchstens Max noch gleich mal wieder mit sabotieren. Oh nein, 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 da vorne kommt Russick, Pupsick. Ja! Was? Er hab ich nicht getroffen, er hab ich nicht getroffen. Alter, ich konnte beide nicht, weil ich dann nach oben gezogen hab und dann haben wir Komm, komm, ich hab jetzt ein bisschen Angst vor dem Fahrzeug. Nein, nein, man fängt an zu kippen. Oh, oh, okay, okay, es wird wirklich schwierig mit dem Fahrzeug. Okay, Max, ist es runtergefallen? Nee, nee, nee. Oh mein Gott, ich hab mich grad... Ja, ja, ja. Hast du ihn runtergeschubst? Nein, nein. Aber ey, Bro, ich hab mich zuerst so krank wieder gefangen. Oh, ich hab mich gefangen, ich hab mich gefangen, ich bin gerade aus. Nein, 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 komm, als ob Amir das jetzt schafft, Mann. Amir? Er ist zu leise, er ist zu leise. Er ist zu leise. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich grad wieder am Drehen, jetzt bin ich grad am Drehen. Komm, fall, 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 fall! Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Fall, Amir, fall. Ich hab's. Nein, 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 nein. Oh mein Gott! Oh mein Reifen ist kaputt, mein Reifen ist schon mal kaputt. Digga, was denn? Was macht der denn da? Der Reifen geht kaputt. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh nein. Let's go, we did it. Oh nein, hinter ist mir einer. Wer hat's auch noch geschafft, wer hat's auch noch geschafft? Rosak. Jawohl, Meister! Warte. Oh oh. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, ich hab's auch geschafft. Nein, Amir, nein. Oh nein. So nicht. So nicht. Oh nein, ich muss halt tippen, Digga. Oh mein Gott. Ey, diese Sabotagen, Digga. Ey, diese Sabotagen. Du bist ja jetzt ganz jetzt böse gekommen, oder? Ja, das war böse. Aber die LKW, die sind da nicht wegschieben können, da war zu schwer. Ja, der wär eh zu schwer gewesen. Okay, let's go. Okay, 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 okay. So, komm, nee, ich glaub das ist einfach, ich glaub der ist einfach, Digga. Glaubst du? Obwohl, nee, könnte auch sein, dass der so richtig am Flippen ist, so. Hm, das ist das Problem, Digga. Dass der diese Kickflips macht. Guck mal, guck mal, Amir. Wow. Was ist los mit dir? Schade. Vielleicht flippst du ein bisschen. Okay, Boys. Ich mach jetzt einen Backflip. Komm. Ich mach einen. Lol, Leute, ich mach einen Backflip. Er macht einen Backflip. Ich hab wirklich einen Backflip. Oh nein, das war dumm, das war dumm. Ich komm ins Flippen. Oh mein Gott. Digga, ich hab halt Real Talk einen Backflip gerade gemacht. Wow, okay, das war's. Das war's. Lol, ich hab's geschafft. Mit Backflip, Leute. Komm, komm, die Trickshots müssen hier belohnt werden. Ich hab's geschafft. Die Trickshots müssen belohnt werden. Ich bin auch erst da. Ich bin auch erst da. Oh mein Gott, Digga. Digga, haben wir das geschafft? Haben wir das geschafft? Ja, ich weiß nicht. Ich bin genau da, wo du ins Stronger kommst, auch ins Stronger kommst. Die Trickshots werden belohnt. Die Trickshots werden belohnt. Aber wir sind ganz… Ey, Russack! Hör doch auf, Flugzeugkampf! Flugzeugkampf! Russack, hau die Weg, hau die Weg! Ey, Russack, merkst du, wie schlau ist, auf Amir zu gehen? Russack, Digga! Ich war grad so auf dem Weg zu Amir. Russack, Ehrenmann! Russack, Ehrenmann! Oh nein! Oh, eigentlich, das war's noch nicht ekelhaft. Was passiert dann? Okay, let's go! Oh, nee! Oh, nee! Der Tracker! Der Tracker! Der Tracker! Aus dem 2. Weltkrieg, Digga! Ja, Mann! Wenn wir hinten irgendwie auf die… Mein Windschatten klauen einfach, ey! Ja, schön! Doch, ein bisschen… Gönn doch! Gönn doch! Gönn doch ein bisschen, Russack! Gönn! Ey, ihr könnt euch gerne sabotieren, Jungs, ne? Also, ich feiere das voll, was ihr macht! Max, hör doch auf jetzt! Gönn doch ein bisschen Windschatten, Russack! Egal, und einfach Vollgas! Einfach Vollgas! Damit gewinnt man immer! Alfa! Wow! Oh nein, Digga! Ich komm mit Schwanken! Oh, oh! Ah, mir fliegt weg! Einfach Vollgas! Ah, mir fliegt! Ah, mir fliegt! Ah, mir fliegt! Oh, oh! Oh, mein Gott! Ich land einfach auf diesen Rampen voll ekelhaft! Oh, oh! Nein, ich bin weg! Yeah! Ich bin weg! Ich bin weg! Wow! Das heißt, ein Cry-Mix auf dem ersten! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Leute, merkt ihr? Der Backflip vorhin wurde einfach belohnt! Der Backflip hat sich belohnt! Ach, Digga! Halt dich! Das hat er wissenschaftlich studiert! Das war einfach Karma, weil ich einen Backflip gezogen hab, Mann! Digga! Klar machst du gleich, wenn du selbst ans Ziel kommst! Das ist höchstes Karma! Hast du's geschafft? Ja, natürlich hab ich's geschafft! Ich bin doch der beste Rennfahrer! Ah, nein! Oh, da kommt er! Ah, mir macht die Augen zu! Ah, mir macht die Augen zu! Ah! Nein! Oh mein Gott, wie knapp war das! Ah, mir ist weg, glaube ich! Ah, mir lebst du noch? Ah, mir? Weiß ich nicht! Nein! 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 Hat er wieder verkackt? Ah! Ah! So knapp! Ah, mir ist es auch! Ah, Max? Ja? 21 Minuten! Was? 21 Minuten noch! Ja, stimmt! Stimmt! Ey, wir müssen eigentlich nur ein bisschen Amir Sabotation machen! Ey, Digga! Ihr könnt mich mal! Ihr könnt mich mal! Ach, Amir! Digga! Ich bin ja einfach ein Fahrzeug vor Amir! Was passiert denn hier? Was ist das nächste Fahrzeug, Max? Ein LKW! Oh, nee! Ein schöner LKW! Der Trucker! Ich war ja auch früher LKW-Fahrer, deswegen kein Problem für mich! Trucker-Fahrer-Crimex! Ich könnte jetzt erstmal Amir zum Schleim bringen! Ich bin auch dafür! So richtig schön zum Ausrasten bringen! Bist du bereit? So wie ihr mit mir immer macht, in meiner Aufnahme! Ich spawn nochmal schnell neu! Ja! 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 Let's go! Dann merkt ihr mal, wie Geke hat die Sinn! 20 Minuten! 20 Minuten! 20 Minuten! 20 Minuten! Man hat wieder halt Geld überfreundschaft! Finde ich sehr schade! Ähm... Ich hab... Ich will nicht sagen, ich hab's mit dem nächsten Fahrzeug auch wieder geschafft! Aber... Ja! Ey, Rostek! Das ist schon klar! Wenn du das gewinnt, zahlst du ganz normal 1000 Euro an denen! Ich zahl dir gar nichts! Max, entspanne dich jetzt ein bisschen! Guck mal jetzt! Also wenn einer... Max, du bist so ein 31er... Ja, mach's auch mit! Ich bin jetzt auch erster, Digger. Kein Wunder, wenn du die ganze Tricksarbeit machst, Russack. Armin, du bist ja ekelhaft, ne? Ja, Max, schade, also ich muss auch sagen, wirst du aus... Ah, er driftet, er driftet, er driftet, naaah. Ah, nö, Digga. Oh, guck mal, schon wieder fliegt er bei mich da rüber. Bro, ich hab dich da rüber. Egal, ist mir auch egal. Ich werde jetzt hier einfach Erster. Aufentspannt, ich zieh mein Ding durch. Kannst du mir jetzt auf entspannt sagen, was das nächste Kfzler ist? Nö, 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 kann nicht. Auf entspannt. Oha, Digga, wie er nicht vertraut. Guck mal, wer er nicht vertraut. Es ist ein LKW. Wie gesagt, du zahlst gleich die 1.000 Euro, wenn du das vor dir fettst. Es ist ein LKW. Das bin ich, Rosak, das bin ich. Es ist ein LKW. Danke, Rosak, fürs Beilasten. So, Leute, jetzt wieder für die Backflip-Götter. Backflip, 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 Backflip. Wir haben halt wirklich wieder ein Backflip-Götter. Nein, 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 ich drehe mich. Backflip-Götter. Oh, das war schlecht. Haha, das nenne ich Karma. Das nenne ich Karma, mein Freund. Ich mach hier Backflips, Junge. Ich bin auf dem ersten Platz. Mach mal Backflip mit... Ersten Platz. Ich hatte grad Angst. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wo ist denn du, Max? Hä, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Er fährt runter gerade in einem Jeep. Blauer Jeep. Wo bist du? Ich weiß... Nein! Ey, Rosak, er hat extra ausgewischt, um mich nicht zu erwischen. Also musst du aufpassen. Der macht das einfach nur... Der macht Fitna. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Alles gut. Ich hab ihn. Warte mal. Amir, hol dir, Max! Amir, hol dir doch, Max. Ich hab ihn. Nein, er hat mich wirklich... Ich hab ihn gekauen. Ich hab ihn gekauen. Ich hab ihn gekauen. Ja, toll, jetzt ist Rosak vorne. Boah, Rosak, nicht schlecht, Alter. Der ist um mich herum gedriftet, Digga. Er hat mir grad gelandet, echt. Das war nicht schlecht. Oh mein Gott, das war so gut. Aber das war jetzt verdientes Ziel. Ich hab nicht gedribbelt. Du hast mich wirklich gedribbelt. Du bist ein Hund. Du bist ein Hund. Oh mein Gott. Digga, das war gut, Alter. Das war gut. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott! Ey, das war krassester Move. Das muss in der Montage, was hier gerade passiert ist. Was passiert? Oh mein Gott. Rosak crasht so genau neben mir rein. Ich schaff den Sprung. Das war krass. Nein! Ey, Rosak, nein! Ey, du! Nein! Ey, was? Bro, er hat mich unten auf dieser Fläche noch runtergehauen. Nein! Digga, er ist wirklich ehrenlos, Digga. Oh mein Gott. Hat das wirklich ehrenlos? Bro, ich wollte jetzt schon dreimal mit einem Chat mit dem Fahrzeug hier weggauen. Oh mein Gott. Ja, ich aber auch eben. Oh mein Gott, das war gerade zu gut. Also, wie ich an mir ausgewichen bin, wie ich das mit Max gemacht habe. Alter. Ja. Das ist echt zu krass. Ja komm, Rosak, versuch dein Glück gegen LKW. Oh, schade. Oh. Max ist da geflogen. Butterfly. Ich bin ein V, der versucht zu fliegen. Cuckoo! Cuckoo! Ey, das war gerade so geil, ne? Das war einfach zu wild. Nein, nein, nein. Amir, Amir, Amir. Schon so gegenseitig wie der Hand. Ey, nein! Nein! Ey, Bro, ich hänge die ganze Zeit bei diesem Fahrzeug und bin jetzt, ey. Ey, der Hauptsache, ich habe Max mit dem LKW wieder mal weggehauen. Wow, wie ich einfach hier, dass dieser Strand-Baggie hat mich hops genommen, ne? Wie lange ich hier schon an dem Fahrzeug hänge? Ihr seid hier runtergefahren, beide? Ja. Ich habe mich ja runtergerammt. Ja, ich habe mich ja runtergerammt, deswegen. Ahhhh. Aber erst bin ich noch cool rückwärts gefahren, habe es noch versucht auszugleichen. Ey, ich komme nicht darauf klar, wie ich Max vor dem Ziel weggeholt habe. Das war wirklich irrenlos, Bruder. Und wie ich Arme vor dem Ziel ausgewirkt habe. Das ist einfach... Ich könnte... Die Runde kannst du wirklich einraben, Alter. Ey, nein, Russack, nein. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Boah, schade. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Ja, sehr ehrlich, da habe ich mich kurz in der Kuhle versteckt. So ein Ding war das. Das war kurz der coolen Verstecker. LKW auch geschafft, easy. Das war echt... LKW war ja eigentlich übelst easy, oder? Ja. Also Max hat er auch gerade so einen kleinen Dribblei gemacht. Das war Dribblei. Dribblei war es. Dribblei. 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 Aber jetzt kommt Russack runter, ne? Nein. Ja doch, Russack fährt jetzt gleich runter, ja. Gut, dass Amir das auch mal hier so bemerkt. Ich habe ein Feuerwehrauto. Das bringt nichts, Mr. Crashen. Ist mir egal, Bro. Ich werde dich runterhauen, ist mir so egal. Jungs, alles gut. Wo ist der denn? Der ist noch ganz oben. Der hat ein kleines Feuerwehrauto, der hat verarscht. Ich habe ein Taxi. Ich bin ein Taxi, Jungs. Oh nein, 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 nein. Ich bin unterwegs im Taxi. Will jemand einsteigen? Was? Was hast du Max gerade gemacht? Bro, ich komme nicht an diesen Auto-Checkpoint hier gerade an. Warum? Bro, weil der war so direkt... Ich bin so drüber geflogen über das Ding, dann... Egal. Ich bin raus geflogen, ja, GG. Egal. Komm, 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 weiter, weiter. Buggy ist eigentlich einfach gewesen, Max, oder? Buggy war einfach, während ich 20 Mal Flugzeug in mich reingeflogen. Ja, ganz bestimmt nicht. Ich habe gerade echt ein schweres Fahrzeug, Jungs. Digga, du hast ein Taxi, Alter. Ja, das ist komplett... Das ist ein Auto mit einem Schild oben drauf. Das ist nichts Besonderes. Das ist es, ja. Das ist nichts Besonderes und es nervt. So, komm, 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 komm. Armin schafft den Ding. Okay, habe ich es geschafft, Jupp. Er ist vor mir, er schafft es. Ich will nicht mit dem Taxi weiterspielen. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, Leute, das haben wir auch mal geschafft, Digga. Wir müssen weiterkommen. Karma! Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Ich habe ihn nicht erwischt. Nein, solche... Oh, scheiße, ey. Ich bin auch nicht erwischt, Alter. Bro, ich breck so ein Sturzlück von oben in ihn rein, aber es hat ihn nicht... Alter, beide, beide haben Sturzlück gewandt. Scheiße. Ich steh da wie ein Mann. Wie ein Krieg. Wie ein Taxifahrer, halt. Wie ein Taxifahrer hat er das weggesteckt. Ich bin doch da. Schalalala. Schalalala. Ich bin der Rampenkönig. Schalalala. Aber ich muss sagen, Russack gewinnt wirklich auf diese Rampenrennen. Ja, aber die sind einfach... Heute ist mein... Jungs, was habt ihr für Autos erzählt? Bei welchem Fahrzeug bist du, Russack? Äh, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Taxi war ich doch grad. Ja. Hast du Taxi? Das bin ich, Russack. Ab mit dir nach hinten. Digga, lass es noch weiter als nicht. Egal. Du kurzen... Okay, Russack ist noch ein Fahrzeug vor mir. Wenn ich einmal gut Russack sabotiere, könnte das ein Gamechanger sein. Amir startet die Runde nochmal neu. Oh, Amir? Äh, Amir? Äh, äh, Amir? So, tschüss Russack! Start nochmal neu! Amir? Oh nein. Nein! Amir? Wie, Russack hat das überlebt? Nein, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Gut. Das ist das Wichtigste. Ich hab grad Russack extra vor den 10-Linie gewartet, Max, um Russack zu sabotieren. Unmögliches Fahrzeug. Gold Cut. Oh nein! Golf Cut, nicht schon wieder. Doch, es ist, es ist... Aber warte, warte, ich hab auch Taxi bestanden. Taxi ist bestanden. Äh... Ich bin jetzt vielleicht beim Taxi-Auto jetzt. Ich hab auch das Auto geschafft. Amir? Ja, das Ding ist, das ist eigentlich jetzt noch alles offen. Ich glaub, das wird jetzt hier nicht ein First Riding werden. Es wird jetzt ein Golf Cut Battle. Oh, es wird wieder das Golf Cut Battle. Habt ihr schon in der Grube chillen? Oh nein! Es wird wieder das Golf Cut Battle. Ich hab grad in der Grube gechillt wie ein König. Oh mein Gott. Verdammt. Das war knapp. Ich dachte schon, ich schaff's nicht. Aber ich hoffe einfach, ihr beide fällt jetzt einfach runter. Ich hoffe auch, Digga. Also, ich gönn euch das. Warum? Ich glaub, ich doch gewinnen kann. Oh, wie Max da angekommen ist. Ich will auch gewinnen. Und wie läuft's, Jungs? Ja, läuft gut, Digga. Was? Ja, er schafft es. Er schafft es. Der Ernst, Russack? Ich dachte, das war voll schwer. Er schafft es. Nein, nein, nein. Ich komm ins Beybladen. Wer kommt ins Beybladen? Nein, ich schaff's nicht. Ich werd's nicht schaffen. Das tut mir leid, Bro. Ich schaff's nicht. 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 Nein, Mann. Jawohl. Russack, bist du schon am Ziel? Ich bin noch nicht am Ziel. Ich hab noch eine kleine Mission vor mir. Ich hab Russack überlegt. Nein, Russack. Ich hab Russack überlegt. Nein! Nein, Russack, warum machst du das? Max, alles ist okay. Alles ist okay. Oh, ich hab Taxi geschafft, Digga, Russack. Oh, nein. Ey, Jungs, das Ding ist, es gibt zwei Optionen. Entweder ich flieg jetzt mit dem Flugzeug ins Ziel oder ich sabotiere Arme acht Minuten. Acht Minuten lang. Hahaha. Acht Minuten Sabotage, Jungs. Acht Minuten. Das schafft man nicht, Digga. Das schaff ich. Oh, das ist ne Beisache. Oh. Mal's? Ich hab mich schon selbst zum Flippen gebracht. Alles gut, Junge. Oh nein, Leute, die wollen mich komplett nicht sabotieren. Ey, Bro, Russack flieg wirklich die ganze Zeit mit dem Chat rum, der Ehrenlose, Alter. Oh, das wird jetzt hier wieder so ein Ding, als ich... Ey, Digga, Russack, ist das dein... Ist das dein Ernst, Alter? Ist das dein Ernst, Bro? Er lernt jetzt sein Flugzeug vor mir? Ey, Digga, das kannst du keinem erzählen. Okay, Leute, wir müssen was versuchen, wir müssen was versuchen, Leute. Ey, ey, ey. Boah, was ist das für ein dreckiges... Was ist das für ein scheiß Flugzeug? Was? Ja, Russack hat jetzt wieder Spaß beim Sabotieren. Ach, Digga, das Flugzeug ist so ein Schmutz, Digga. Oh, das wollen wir dir gar keinem zeigen. Äh, Russack, was war da gerade? Nein, 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 nein. Warum kickt der Scheißding immer um? Ey, ey, Bro, ich werd dir von zwei Flug... Ey, ist das euer... Ist das euer Ernst, Digga? Ist das euer Ernst? Ich werd dir von zwei Flugzeug... Ey, Leute, clippt das bitte. Ey, ich wurde... Ihr habt gerade einfach Volleyball mit mir gespielt, Digga. Ihr habt einfach Volleyball mit mir... Ey, Digga, ihr kleinen Hunde. Nein. Ihr kleinen Hunde. Ey, Digga, es... Es reicht doch. Es eskaliert hier schon wieder, Leute. Es eskaliert... Ich hab keine Kraft mehr dafür. Ob ich ihn gerade erwischt habe. Ey, Leute, wirklich... Ich hab... Ich hab keine Kraft mehr für die Rennen mit den Jungs. Ey, Russack, Digga, was war das gerade? Das war ja krank. Ey, das war krank. Er macht... Passt mir, Digga, ich war Kopfball. Gib ihm einfach. Okay, Leute. Ey, ach, Digga, komm. Komm, er hat mich halt wirklich noch getötet damit, ey. Weil man keine Explosion in so einem Golf-Card aushält. Das ist einfach Russack, der dich permanent durchsabotiert, Alter. Warum eigentlich? Ja, weiß auch nicht. Wisst ihr noch damals in den Anfangszeit, wo du gesagt hast, ey, Russack, du kannst denn fliegen, du kannst dich nicht sabotieren? Naja. Das kommt zwar nicht. Russack... Russack hat einfach was gegen mich. Jungs, sechs Minuten noch. Amir hat doch jetzt auch Golf-Card. Ja, jetzt hat Amir auch Golf-Card. Ich will nur darauf hinweisen, dass Amir diese Wette abgeschlossen hat. Du bist eigentlich, eigentlich bist du dumm, Russack. Weil wenn du Golf-Card jetzt, wenn du mich nicht sabotieren wollen würdest, dann würdest du für 2.000 Euro gewinnen. Oh, Russack ist doch schlau. Russack ist doch schlau. Der ist doch eh auf dem ersten. Der kann jederzeit beenden und hält dich einfach noch ein bisschen hin. Ja, aber nein. Wenn ich verlieren sollte, kriegt er nicht, kriegt er nicht das Bonus. Dann kriegt er nur 1.000 Euro. Das war's. Hä, das hast du vorhin nicht gesagt. Du hast nur gesagt, wenn's länger als eine halbe Stunde dauert. Oh, das hab ich eben extra nochmal gesagt. Digger, guck mal, wie Amir jetzt zurückrudert, weil er nur noch 5 Minuten hat. Nein, guck mal. Oh, er hat Angst. 3.000 Euro. Merkt ihr, Leute, wie Amir zurückrudert? Das ist schon ein bisschen... Ja, schade, wie Max jetzt Fitner machen will, Digger. Wie Max einfach nur Geld... Bro, du ruderst einfach gerade zurück, Alter. Weil du merkst, die 3.000 Euro sind gleich weg. Ich hab ihm das dreimal erklärt schon. Aha. Er schafft es, er schafft es. Er hat es. Ja, sehr gut. Sehr gut, Russack. Jaaaa! Jetzt wird Max Aisy gewinnen. Nein, Max kann vor mir ins Ziel kommen. Nein, hä, gar nicht. Max kann vor mir ins Ziel kommen. Gar nicht. Ich war doch schon unterwegs, Jungs. Es geht allein. Ich google, google, weil google, google, mich google. Google, google, google. Okay, schade. Let's go! Guck auf die Zeit. Guck auf die Zeit. 30 Minuten auf. Gleich ab. Und Amir ist letzter. Das ist mir die wichtigste Sache. Amir ist letzter. Amir ist letzter. Amir ist letzter. Egal. Ich wurde krass wegsabotiert, Leute. Wir haben ein paar geile Szenen gehabt. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr euch gefallen. Habt ihr euch gefallen. Habt ihr euch gefallen. Habt ihr euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.